Und wieso sollte ich den Herrn gekannt haben? Weil er Ihre Telefonnummer in der Tasche hat, der Herr Keller. Meine Telefonnummer? Na, die haben viele Leute in der Tasche. Herr, Inspektor, ich bin ja in der Stadt nicht ganz unbekannt. Vielleicht wollte er ein Auto kaufen. Haben Sie Kontakte nach Ungarn? Wieso? War der Herr ein Ausländer? Ach, verstehe. Na ja, seit die Grenzen offen sind, kommen ja sehr viele zu uns. Ich kenne keinen Ungarn. Aus Prinzip. Ich mache Urlaub in Miami und in Kärnten, wenn man es leisten kann. Aber bitte, Inspektor, schauen Sie noch um. Schau ich aus, als ob ich mit der Erweiterung starten Business. Aber auch nicht, als ob Sie in Miami Urlaub machen, Herr Keller. Wir haben gehört, dass gerade die Ungarn Luxuskarossen nachfragen. Und besonders dann, wenn man es mit der Herkunft nicht ganz so genau nimmt. Moment, Moment. Also ich weiß nicht, was Sie mir jetzt unterstellen möchten, Herr Inspektor. Aber meine Kundschaft ist vom Feinsten. Ja, das ist top. Sogar Politiker, bitte. Ja, ein Landeshauptmann, ein Einheimischer, wenn Sie wissen, was ich meine. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich habe aber ganz vergessen, bei ganz einem wichtigen Geschäftstermin, wenn Sie mich vielleicht entschuldigen möchten. Ja.